Hallo da draußen! Dieses Video ist vor allem für all jene geeignet, die sich möglicherweise schon die Frage gestellt haben, was macht denn Stilkraft Film überhaupt? Wir machen in erster Linie Werbefilme, in denen wir große Geschichten erzählen. Darüber hinaus haben wir ein sehr hübsches Film- und Fotostudio in-house, wo wir Interviews produzieren, Produktvideos, Produktfotos für die Verbesserung des eigenen Online-Auftritts. Nicht nur auf Social Media, sondern auf allen möglichen multimedialen Kanälen. Und egal was wir machen, wir haben vor allem eines, Kameras. Die sind für uns wie Schlüssel zu verschlossenen Türen, die wir dadurch öffnen und somit Verborgenes zum Vorschein bringen.